BigBlueButton – Wie man Umfragen durchführt In der Rolle Präsentator kann man jederzeit Umfragen in einer laufenden BBB-Session durchführen. Hierzu wählt man im Aktionenmenü Umfrage starten aus, tippt optional eine Frage ein, man kann die Frage auch alternativ mündlich oder zusätzlich mündlich stellen und wählt die passenden Antwortoptionen. Es gibt folgende Antwortoptionen, richtig-falsch, ABCD, Ja-Nein-Enthaltung und freie Antwort. Die Antwortoptionen kann man modifizieren, indem man einfach in das jeweilige Feld reinklickt und eigenen Text schreibt. Nun kann man auch entscheiden, ob die Umfrage anonym durchgeführt werden soll. Im Standard ist sie nicht anonym, das heißt, der die Präsentatorin sieht die Namen der Teilnehmenden und wie sie abgestimmt haben. Dann klickt man auf Umfrage starten, bei den Teilnehmenden öffnet sich ein kleines Pop-up-Fenster zum Abstimmen. In diesem Pop-up wird auch angezeigt, ob die Umfrage anonym ist oder nicht. Während die Teilnehmenden bei der Umfrage mitmachen, kann die Person, die die Umfrage durchführt, eingehende Umfrageergebnisse sehen und, sobald eine Mehrheit oder alle abgestimmt haben, die Umfrage veröffentlichen. Die Ergebnisse landen zum einen auf der Präsentation, wenn eine Präsentation angezeigt wird, zum anderen zusätzlich im Chat. Auf der Präsentationsfläche können die Ergebnisse beliebig editiert werden, zum Beispiel in der Größe oder Farbe oder auch ausgeschnitten und auf anderen Folien eingesetzt werden. Mithilfe der Schnellumfrage ist BigBlueButton auch in der Lage, aus vorbereiteten Folien Schlüsselwörter herauszulesen und direkt in eine Umfrage umzuwandeln. Folgende Schlüsselwörter sind geeignet, ABCD, richtig falsch, ja, nein, freie Antwort. Das wird mit einem Fragezeichen gelabelt. Der Vorteil an der Schnellumfrage ist, dass man mit nur einem Klick direkt eine Umfrage starten kann und die Umfragen so relativ gut vorbereiten kann. Achtung, anonyme Umfragen sind mit der Schnellumfrage nicht möglich. Man kann ABCD-Umfragen neuerdings auch anders vorbereiten, und zwar mithilfe eines TXT-Dokuments, welches so aufgebaut ist. In der obersten Zeile steht eine kurze Frage, in den darauffolgenden Zeilen pro Zeile eine Antwortoption, maximal fünf Zeilen, also Antwortoptionen, sind möglich. Startet man dann eine Umfrage, aktiviert man den Schalter Benutzerdefinierte Umfrage und zieht die vorbereitete TXT-Datei in das Ablagefeld hinein. Diese wird automatisch umgewandelt, wobei man auch noch Anpassungen im Nachhinein vornehmen kann und dann die Umfrage wie gewohnt startet. Untertitelung des ZDF, 2020